Ich brauch zwei Steine, was heißt das für zwei Steine? No Stone? Welche kann ich nehmen? TNT, Ice und Naterag Gras kriegen wir nicht in den Mengen, sonst können wir damit nicht machen Na gut, dann bleibt das nur Obsidian Das können die Klappenrapp werden Ähm Ja gut, ein paar kriegen wir zwar, es ist echt wenig, aber besser als nichts So Keine Ahnung, ob wir wirklich so viel brauchen Na gut, Eis wird auch langsam weniger So, dann gehts jetzt weiter, ich muss übrigens den Infusion Altar bauen Und das ist was? Äh, so ziemlich das schwerste, was du dir vorstellen kannst Komplett Endgame, was, äh, Dings, Formkraft anbetrifft Ah, alles klar Mh, so Ok, so war's nicht So, Runic Matrix Ähm Dann Arkin Pedestroy Brauch ich nur ein Stück von Toll, reicht nur für... Ach nee, doch nicht So, neun Stück Wie haben wir nochmal die Stonebricks herbekommen? Schmelz, äh, schmelz, einfrieren Ah, warte kurz So, bitte was? Stonebricks, wie haben wir das nochmal herbekommen? Stonebricks Ja, achso, ja, jetzt weiß ich wieder Hat sich keiner lügt Ich wollt grad was sagen Oh Ich bin leicht verrückt geworden in letzter Zeit Ganz minimal Ne, dezent, hallo So So Das ist das Lied So ist das Lied? Ja, das ist so Halb Dubstep Echt? Ja Das ist hier aber sehr komisch an Ist auch komisch Eigentlich wollte ich das schon lange mal rausschmeißen Da Äh Äh Gut Jetzt hab ich Ich hab' ich Warte kurz, ich muss gerade etwas craften, warte bitte Bist du hier? Wo bist du? Ganz hinten, bei TomCraft Und hier ist irgendwie ein Zombie hergekommen Ja, wahrscheinlich hat er sich durchgebackt durch die Wand Und irgendwo ist, kannst du dich durchholen Weißt du so? Ja, hier irgendwo ist noch ein Platz, wo Zombies spawnen können Keine Ahnung Du hier machen, Luki, Luki Ähm, hallo? Hä? Ui, hallo, Alter Ach, scheiße, das ist der falsche Sauberstab Ja, das ist der Schauberstab 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 Wow Unbreaking Ich feier mich Ich glaub mir, dass wir in, äh, TomCraft noch einige Spaß bekommen Und, äh, die nächste Version Ah, jetzt Halleluja Ah, nur dass irgendwie durch Optifan oder so das total glitscht So, und jetzt muss ich alle neun Lots Irgendwie drum angeordnet kriegen Ah Und das muss halt symmetrisch sein, das ist das Problem dabei Mal Weil ansonsten können ganz schöne Sachen passieren Zum Beispiel Brennen der Katzen Puff Ah, Puff Und ich dachte, die Katzen fangen an zu brennen Das kann auch passieren Miau So wie in Ui Life, einfach so ne brennende Katze über die Straße Warum läuft denn bei dir brennende Katzen durch die Straße? Ich äußle mich nicht dazu Hab den Spiritus weg Ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht schnell schlafen Mit Spiritus Mh Definitiv So Ich will dich niemals machen Ach du mach, ich will nicht Ich auch nicht, trotzdem mach ich's Oh Oh So Wie baut man die Antichards? Äh Äh Wollte Ähm Tobi Ja Bei mir ist hier alles beendet Also dass ich irgendwie fertig bin mit dem Aber ich kann nicht weitermachen Kannst du bitte die Quest reinschauen? Ach, jetzt nochmal bin ich wieder gut genug Ja, du bist zu allem gut genug Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ach, passt schon, ich hab Ocase hab ich noch nicht mehr gestellt, passt schon Bitte was, neun Stück nur? Doch Weißt du, was ich administraste mir soweit? Und ein Stick von denen Auch wenn das nicht ansatzweise lange genug halten wird Naja gut, 22 mal Ich muss gleich Zauberstäbe aufladen gehen Oh, mit ängsthaft, ich brauche Wolle Ich gehe jetzt Schafe scheren So, wer ist das Ding dann nochmal? Ähm Wobei, haben wir überhaupt ein rotes Schaf? Ich glaube doch Da ist ein rotes Schaf Nee Ist da jemand sauer? Kann da jemand seine Aggression nicht kontrollieren? Ich lasse gleich meine Aggression an dich aus An dir aus, bitte Nein So Okay, das habe ich doch gemacht Wie kann man noch black schwarze Farbe erstellen? Schwarze Blumen Schwarze Blumen Haben wir Tintet Honey? Äh Ja, drüben in einem E-System Ah Das Ding wollte ich auch Furnace, Crucible und ein paar von den Stein Äh, wir haben keinen Tintet Honey Aber auch muss das sein Aber kein black Tintet Honey Das ist was anderes Ich habe ja auch keine black Biene gezüchtet Ja, aber wie kommen wir sonst mit eurem schwarzen Farbstoff her? Aber ich brauche schwarzen Farbstoff Aber ich brauche schwarzen Farbstoff Was denn? Wird scheiß gebaut Ach Ja, ich habe richtig scheiß gebaut Und zwar? Warte Thief Ah, stimmt ... Das wird dir immer wieder exportiert Ich schlaumea Ich mach dir grad zu gut, Spawn-Axe Besorg dir ein Looting-Schwert Mit was machen wir nochmal Looting drauf? Keine Ahnung Achso, auf den Sachen Denkst, wie heißt es? Ach, Fasch, ich habe hier ein Schwert mit Looting Wenn du gleich Schaden kriegst, ich bin mal schuldig Warum? Weil du gleich wahrscheinlich Schaden kriegen wirst Und was? Blood Magic Hä? Wurmelst du mit meinen Sachen rum, oder was? Ja Naja, ich habe genug da Energie eingespeichert Ich stand doch hier immer wieder mal und habe... Aber hier ist noch eine deiner Bienen drinnen Nein, hast du nicht mehr Hallo? Hi Ich habe keine Kiste öffnen Ja, ich schon Du schwebst bei mir rum Äh, ich glaube, dass Server zum Abscheißen oder du? Ich komme nicht mehr auf den Server rauf Herzlichen Glückwunsch, du hast den Server zum Abschluss gebracht Genau zu 45 Minuten Ja Ich bin mir wieder schuld Naja, Jave ist crasht Gut Dann würde ich einfach mal sagen Vielen Dank für zugucken Guckt bei der Jenny vorbei Guckt bei mir vor Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Tschüss Freio Bis zum nächsten Mal.